Im Bereich Speichern können wir jetzt festlegen, wie unser Bild gespeichert werden soll. Sie erinnern sich, wir können auch im Bildmanager selber über Datei speichern als das Bild noch speichern, aber wir können auch in den Rendervoreinstellungen schon festlegen, dass das Bild nach dem Rendern automatisch gespeichert werden soll. Damit das passiert, muss zum einen hier das Speichern aktiviert sein, zum anderen muss hier Speichern aktiviert sein und dann können wir über diesen Button unser Speicherdialog öffnen und einen Pfad auswählen. Wenn Sie nur einen Dateinamen angeben, dann wird Ihre Bilddatei relativ zur Projektdatei abgespeichert. Über das Format können Sie jetzt verschiedene Formate auswählen und das sind die gleichen Formate, die wir auch im Bildmanager auswählen können. Also zum Beispiel das Photoshop Format und noch eine Farbtiefe einstellen und je nach Farbtiefe haben Sie auch die Möglichkeit ein Bildfarbprofil anzulegen, also hier das Farbmanagement zu verwenden. Wenn Sie allerdings die Farbtiefe von 32 Bit haben, wird automatisch der Linear Colorspace verwendet. In den meisten Fällen können Sie es hier bei sRGB belassen und das entspricht einem Farbraum, in dem man hier üblicherweise arbeitet. Über die Option Alpha-Kanal können Sie festlegen, dass zusätzlich noch ein Alpha-Kanal gerendert wird. Lassen wir das Bild mal testweise im Bildmanager rendern. Und dann finden Sie jetzt hier im ebenen Tab zusätzlich den Alpha-Kanal und können diesen jetzt hier über den einfachen Path einmal darstellen lassen. Und wir haben hier unser Hintergrundbild, also das komplette Bild und unter Alpha verbirgt sich jetzt hier die Alpha-Maske, die hier den transparenten Bereich maskiert. Mit der Option Straight Alpha können Sie festlegen, wie der Alpha-Kanal berechnet wird und über Separate Alpha wählen Sie aus, dass eine eigene Bilddatei für den Alpha-Kanal erzeugt wird. Wenn Sie eine Animation rendern und diese auch Sound beinhaltet, dann können Sie hier den Haken inklusive Sound setzen und dann wird in Ihrer Datei auch Sound gespeichert. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie dann zum Beispiel einen AVI- oder Quicktime-Film abspeichern. Im unteren Bildbereich finden Sie jetzt weitere Einstellungsmöglichkeiten, um Ihr Projekt an ein externes Compositing-Programm weiterzugeben und hier können Sie als Zielprogramm zum Beispiel After Effects oder Motion auswählen. Es wird dann eine weitere Datei erzeugt, welche in After Effects geöffnet werden kann und diese enthält dann zum Beispiel zusätzlich die Lichtobjekte oder die Kameraobjekte aus Cinema 4D und Sie können dann mit dieser Szene in dem externen Compositing-Programm weiterarbeiten. Das Thema Anti-Aliasing ist etwas komplexer und deshalb schauen wir uns die Einstellungsmöglichkeiten in einem eigenen Video separat an. Gehen wir deshalb weiter zu den Optionen und hier finden Sie Möglichkeiten bestimmte Elemente Ihrer Szene ein- und auszublenden, zum Beispiel die Transparenz oder allgemein auch die Schatten. Wenn wir also eine schnelle Vorschau unseres Bildes rendern wollen, dann können wir die Schatten vorübergehend deaktivieren und dann erhalten wir eben eine Vorschau hier ohne die entsprechenden Schatten. Zusätzlich können wir auch die Texturen der Szene deaktivieren oder sämtliche Post-Effekte, die noch drüber berechnet werden oder allgemein eine Detailstufe hier eintragen. Letztendlich dienen diese Optionen hier der Steuerung, wie detailliert oder genau unser Rendering ablaufen soll. Und wenn Sie Ihr fertiges Bild rendern möchten, dann sollten Sie diese Optionen wieder aktivieren. Über den Effekte-Button können Sie noch weitere Einträge in die Liste hinzufügen, wie zum Beispiel die Farbkorrektur und über diesen Eintrag haben wir jetzt die Möglichkeit wieder eine einfache Farbkorrektur anzuwenden, also zum Beispiel die Helligkeit oder die Belichtung zu verändern. Dieser Effekt wirkt dann automatisch auf das Rendering, das heißt er ist unabhängig von den Filtereinstellungen, die wir im Bildmanager vornehmen können. So einen Eintrag können Sie auch wieder entfernen, wenn Sie hier rechts klicken und entfernen auswählen und damit verschwindet er dann wieder. Sie können sich jetzt sämtliche Einstellungen, die Sie hier gemacht haben, auch abspeichern und dazu klicken Sie hier unten auf die Rendervoreinstellungen und können dann Preset speichern auswählen. Über den Eintrag Preset laden können Sie dann auch vorherig gespeicherte Presets wieder einladen. Ebenso können Sie natürlich neue Rendervoreinstellungen erzeugen und erhalten dann hier wieder die ursprünglichen Werte. In dieser Liste können Sie auch kopieren und einfügen oder die Elemente verschieben oder auch untereinander stapeln und dann entsprechend sinnvoll benennen. und dann wird das nicht安全 um die Rotation geben. So etwas ist, was Sie sagen, das ist eigentlich schon etwas weniger. So etwas hat Sie sogar auch keine Vertreter, die wir im Bildmanager schon auswählen. So etwas ist, was Sie da sehen, was Sie hier übrigens also nicht mit uns hier brauche ich, dass Sie hier nicht mehr auf die Runde des Regionsprogramms haben. So etwas ist, was Sie sehen, dass du dann oder so ein bisschen nicht mehr gut So etwas hat der Weg mit derénsteine, dass wir uns immer mehr auf die Seite sehen können,